ARD Text im Auftrag von Funk Das heißt, ich habe jetzt deine Sachen schon mal mitgenommen. Das ist gut. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg nach Elektro. Komm zum Hafen, wo die Zombies nicht drauf können, weißt du? Naja, ich muss jetzt aber erstmal von der Straße nach Elektro. Denn sonst brauche ich Jahre, bis ich bald bin. Ja, hier kommen die ja nicht drauf. Zack, der Zombie ist schwimmen gegangen. Nee, der ist runtergelaufen. Doch, der ist schwimmen gegangen. So, noch ein Wasser. Sieht man ihn? Nee, man sieht ihn nicht. Ja, und hier, wie hieß er noch? Svenerius oder so? Ich weiß es nicht. Der ist auch gekickt worden, so wie ich auch eben, nachdem ich dann halt gestorben bin. Und jetzt kommt er auch nicht mehr drauf. Mittlerweile ist noch jemand anders hier drauf. Ein Sergeant Barton Alpha Unit. Auch da muss man aufpassen, was mit ihm ist. Das Gute ist natürlich, einer hustet jetzt nicht mehr, nee? Hm, das stimmt. Ich verliere kein Blut mehr und, äh, was weiß ich nicht alles. Ja. Okay, Mongo ist sich auch die ganze Zeit am Aus- und Einloggen. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob er vielleicht Probleme hat oder sonstiges. Aber das ist, wie gesagt, äh, ich habe das Gefühl, dass der Server im Moment irgendwie Probleme hat. Und nach dieser Umstellung der IP-Adresse wird, gibt es hier nur noch Lacks und was weiß ich nicht alles. Beziehungsweise, ich glaube, hintenrum fahren ist doof, ne? Ich glaube, ich komme lieber mehr nach vorne zum Hafen. Ist, glaube ich, einfach für dich. So, Debug-Modus wieder aus. Oh, so. Du bist in Elektro. Elektro am Hafen. Das Auto von uns steht irgendwie komisch. Das hängt so nach rechts. Okay. Ich hoffe, das fällt nicht gleich auseinander. Gut, dass ich mir vom, äh, Svenarius oder wie auch immer hieß, nochmal die Erlaubnis geholt habe, äh, ihn veröffentlichen zu dürfen. Mit seiner Stimme. In der letzten Folge. Mhm. Ähm, dass er da... War ein kurzes Vergnügen, aber... Na ja, immerhin. Immerhin. Ja, auf jeden Fall mal was anderes hier. Denn sowas haben wir ja zum Beispiel noch nicht gehabt, ne? Hast du meine Karte auch mitgenommen, die da dabei war? Nee. Okay. Ich hatte keinen Platz mehr. Okay. Aber reicht ja, wenn einer von uns ne Karte hat. Ja, ja, klar. Laufen eher sowieso. Wichtig war mir jetzt deine Sekundär- und Primärwaffe. Oh ja. Alles anderes. Und mein Rucksack. Hehehe. Super. Ja, 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 stimmt. Obwohl, den findest du eigentlich auch im Supermarkt auch. Meinst du? Ja, jetzt vielleicht nicht den ganz, ganz großen, aber... ... der ist weg. Ja, die kommen ja echt hier nicht drauf, ne? Das ist echt krass. Wieso laufen die denn da hin? Ist da jemand? Nee. Da könnte ich mich mal umgucken. Da könnte vielleicht ein Werkzeugkasten sein, dann hätte das... ... Sterb... Entschuldigung, ich hab gerade irgendwie Schluckauf oder sowas. Schluckauf, Aufstoß... Bin gleich da. Wo bist du jetzt ungefähr? Ich bin ziemlich genau am Hafen, wo diese großen Kräne spanken. Ja, mach das mal. Okay. Und ich guck mich hier gerade mal... Ja, am besten würde ich mich hier kurz drinnen umgucken. Ich hoffe, jetzt ist hier kein Sniper irgendwo und der snackt mich dann einfach mal eiskalt weg. Während ich hier an der Tankstelle stehe. Ich hab hier was gefunden, und zwar Motorteile. Die nehmen wir doch mal mit. Was zu trinken. 1911er Magazin, nehmen wir auch mal mit. Trinken. Wie teuer sind denn hier die Spritpreise? Ach, okay. Also, Kschirib 24,99, Gischknyk, 19,99 und Kiktyp 31,59. Okay. Hauptrotorteile, kein Platz mehr im Inventar. Okay. Werkzeugkasten! Tudu! Jawohl. Sehr gut. Juhu! Siehste? Gut, dass ich hier rein bin. Ich guck mich hier noch... Hat's ja doch gelohnt, so ein bisschen. Ja. Ich blute nicht mehr, also... Oh, 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 Motorteile. Nochmal. Okay, kein Platz mehr im Inventar. Du bist am Hafen, hast du gesagt, ne? Ich bin am Hafen, ja. In so einem komischen Gebäude drin. Aber ich bin direkt da am Hafen, wo man halt... Und die Zombies da halt nicht, äh... Ja, da kommt man immer so schlecht hin, weil ja alles zukommt. Ja, ich komm gleich woanders hin, das ist ja kein Ding. Ähm, ich guck mich halt hier nur noch mal um. Vielleicht findet man hier noch was Brauchbares. Bis jetzt nicht. Und, ja, da ist wieder einer gekickt worden. Wer denn? Der Mogor. Der wurde auch... Aber er hat gerade auch getötet. Zombies hier oben. Na, klasse. Na, super. Ja, ja. Schlag du nach mir, ich lauf einfach an dir vorbei. So, Leute, Daumen hoch für dieses Ausweichmanöver. Muss man gesehen haben. So. Guck mal, ob ich dich schon höre. Ja, ich höre dich rechts von mir. Das ist gut. Ich guck mich hier noch mal schnell um. Okay, zwei Headshots. Türe öffnen. Ja, links von mir. Sagt mir mein Headset. Motor höre ich auch schon. Also bist du ganz, ganz, ganz in der Nähe. So, warte. Du bist auf einer Straße, oder? Also, ist mal ganz normal. Ich stehe an so einem großen Gebäude hier. Sieht aus wie das Tech-Gebäude, so ähnlich. Ah, okay. Ich glaube, ich sehe es vielleicht sogar. Die Zombies laufen auch irgendwie in deine Richtung. Mhm. So. Hub nochmal. Da bist du, ja. Ich bin unterwegs. Bin gleich da. Ich hoffe, dass es mit dem Einsteigen klappt. Schnell jetzt. Jo, bin drin. Ich konnte sogar irgendwas reparieren, weißt du? Weil ich halt einen Werkzeugkoffer dabei habe. Naja. Wahrscheinlich die Reifen hier. Du fährst wieder durch die Gebäude durch, Alter. Das ist so krass. Fahr mal bitte, wenn es geht, irgendwie halt auf so einen Hafen da drauf vorne, wo die Zombies nicht hinkommen. Weil dann will ich mal hier in Ruhe meine Sachen machen. Ja, ich würde mich jetzt umgegangen reinstellen. Das ist voll ausfällig. Fahr jetzt erstmal hier irgendwo. Ja, bei mir stehen wir mal wieder. Wir fahren nicht. Herrlich. So ausblickiert. Wir stehen, wir stehen. Es passiert nichts. Dein Internet kommt einfach nicht hinterher. Naja, mit deiner schnellen Leitung. Naja, mit deiner tausender Leitung da. Ich bin jetzt bei uns hier an der Feuerwache. Okay, schön. Ich kann zu mir einsägen. Jetzt. Ich mach's. Habe ich noch ein Auto gehabt? Oder war das unsere Karre? Egal. Ich weiß, das leckt ja auf jeden Fall wie Sau auf dem Server. Ist echt nicht mehr schön. Also ich bin jetzt ausgestiegen. Ich bin ja an der Feuerwache jetzt. Und höre schon wieder... Leichen. Ausrüstung. So, jetzt kann ich mich mal hier ausrüsten. Hier ist doch die schicke Leiche. Hast du die Sachen von mir bei dir drin? Oder wo hast du die? Ja, bei mir. Achso, ich dachte schon, die wären im Auto. Weil da hätte ich jetzt Angst bekommen. Hier ist nämlich nichts. Ne. Die sind bei mir. Ja, soll ich was reparieren, also? Ja, wenn es kannst, ja. Dann versuch mal, die Reifen zu reparieren. Die liegen nämlich im Auto. Also ich kann den Body reparieren. Ich kann, äh, linke Front, äh, Reifen reparieren. Ich mach einfach mal. You need to repair this. Äh, you need red to repair this. Okay, das war ja im Auto. Hast du geschossen? Ja. Gut. Bin ja beruhigt. Okay, sind jetzt Zombies. Hallo? Na, wen meint er denn? Als Passagier bitte einsteigen. Oder als Fahrer. Sitzschluss in mir. Äh, du bist drin, ne? Oder nicht? Ich bin drin, ja. Kannst fahren. Okay, dann kann ich fahren, ja? Hast du irgendwas repariert? Nein, nein, gar nix, gar nix. Dich oder euch? Naja, ich schreib grad. Wieso ist er hier irgendwo? Alter, das leckt so übelst. Das ist nicht mehr schön, ne? Wir stehen gerade vor der, äh, vor der Kirche und drehen uns im Kreis, ohne dass wir fahren. Okay, ich bin eigentlich jetzt hinten auf dem Hof bei dem Supermarkt. Das ist so übel. Jetzt geht's mal wieder weiter. Elektro. Ja, wo? Genau. Wo genau? Lauf zum, was soll ich ihm schreiben? Supermarkt? Supermarkt. Ja, welche? Da gibt's auch mehrere. Oder? Gibt's hier mehrere. Na, ich weiß es nicht. Boah, wie viele Zombies hier sind? Ich fand die gerade alles Platz. Ja, ich seh's. Ja, fahr zum Supermarkt. Sag mal hinter einen. Ich bin im Supermarkt, also beim Supermarkt. Bei mir nicht. Doch. Er ist recht von uns. Okay. Nee, ich glaub, wir müssen nächstes Mal einen anderen Server wählen. Mhm. Der lag gerade zu viel. Ja, das ist seitdem die die IP umgestellt haben. Also, liebe Leute, falls hier irgendwer was zu sagen hat und sich das Video hier anguckt, sprich Mongo, vielleicht weiß ja nicht, was du für einen Status hast. Beim Admin. Aber, du siehst es hier selber. Guck dir meinen Ping an. Ich hab den besten Ping von allen hier und es lag bei mir aufs Übelste. Ich weiß nicht, wie's bei euch ist, aber ihr seht's ja selber. Das ist ja hier unerträglich. Das geht gar nicht. Ich hab gerade 20 Zombies überfahren. Naja, zwei seh ich hier noch bei mir. Ja, einer noch. Und der eine auch tot. Ja, alle weg. So. Jetzt kannst du ja mal... ...aufsteigen. Ja. Dann geb ich dir die Sachen. Oder nehm dir die mal selber raus. Jo. Das wär ich besser. Jo. AK-30 war für mich, ne? Warte mal, ich muss erst mal im Auto was ablegen. Ähm. Ähm. Ja. Man muss ein bisschen schneller machen, weil die Zombies bauen. Wie dauert dann rein die wieder auf den Storm? Ja, ich kann gerade... Jetzt kann ich auf die Ausrüstung. Du kannst ja einsteigen in der Zeit. Oder weißt du was? Ich pack dir alles in die Karre. Ja, mach das. Gleich dann. Dann kannst du es dir... Kanister... Okay, Motorteile... Alles klar. Du kannst es dir rausnehmen. So. Ähm. Aber ich nehm mal grad das Rad raus. Warte. Dann wird das mal reparieren. Eins zumindest. Da kommt schon wieder Zombies. Scheiße, wenn ich jetzt aussteige, haut das nicht hin, oder? Egal. Ja, wenn ich denn wieder aussteigen könnte. Nee. Ja, bin nicht bei dir. Du bist bei mir. Ja. Du bist bei mir ausgestiegen. Super. Soll ich mich mal ein bisschen bewegen? Bewege mal kurz, ja. Okay. Draußen? Ja. Jetzt wieder hoffentlich drin. Jetzt wieder drin. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir mal. Genau. Fangen wir zum Supermarkt. Wir holen mal den Dings. Und ich versuch mal hier gerade... Wir stehen doch am Supermarkt. Der ist rechts von uns. Ist das der Supermarkt? Das ist der Supermarkt. Das ist die... Der Hinterausgang. Der Hinterausgang, oder was? Okay. Genau. Deine Sachen sind im Auto. Ja. Alles der Ding. Ja, dann musst du aber kurz mal aussteigen, weil dann kann ich irgendwie halt nicht drauf zugreifen. Ich bin im Supermarkt drin. Ich bin nicht drin. Klasse, ey. Bei mir bist du noch schön im Auto. Boah, ich gehe gleich runter von dem Server, ne? Ey, bei bestem Willen nicht. Das ist ja hier Heckmeck vom Allerfeinsten. Jetzt bin ich angeblich... Heckmeck. Heckmeck. Jetzt bin ich angeblich ausgestiegen. Jetzt hab ich schon auf den Döner. Zum Rücksitz. Zum Rücksitz. Ey, hier passiert nichts mehr. Ich gehe gleich runter. Bei mir passiert nichts. Der steigt nicht aus, der steigt nicht ein. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt bin. Ein oder ausgestiegen. Ich guck mal. Ich hab auch gerade 10.000 Zombies hier mal gemacht. Du bist ausgestiegen bei mir. Super. Du stehst vorm Auto. Ich steig mal wieder ein und fahr mal ein paar Meter. Jetzt bin ich ausgestiegen. Ja, warte, 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 warte. So. Alles. Ja. Ja, ja, das ist ein Mongo. Das ist ein Mongo. Oh, Mann. Hi, Mongo. Grüß dich. Ja, es leckt hier aufs Übelste. Und wie gesagt, ich hab hier den besten Pink von allen. Und es leckt bei mir. Du kannst hier dann die letzten 2, 3 Aufnahmen. Das musst du dir angucken. Das ist unglaublich. Ultra, sagt der. Ultra scheiße, ja. Hast du auch solche Probleme mit Mongo? Irgendwie. Leckprobleme, irgendwas. Aussteigen aus dem Auto. Das ist übel. Seitdem die IP-Adresse umgestellt wurde, hab ich nur noch diese Probleme. Und ich hab den besten Pink von allen hier. Du kannst mir nicht erzählen, dass das bei mir an der Internetleitung liegt. Im Leben nicht. Da liegt schon wieder ein Toter. Schon wieder eine Leiche hier. Wer weiß, von wann die schon wieder ist. Schon wieder Telefon. Ach, da ist noch einer. Erstmal nirgends. Ich muss gleich mal aus dem Auto meine Sachen rausholen. Weil ich hier eben auch gestorben bin. Dann fährt jetzt erstmal die Zombies platt. Dann würde ich euch mal bitten, kurz mal hier auszusteigen. Damit ich hier auf das Auto, auf die Sachen zugreifen kann. Kannst du machen jetzt. Jo. So. Ist schon mal meine Zweitwaffe. Hab ich. AK. Hab ich. Ich werde die Kiste jetzt mal reparieren, was zu reparieren ist. Und dann... So. So. Reifen Nummer 1 wird repariert. Ich hör's. Hört's cool an. Ich steig schon mal als Fahrer ein. Hm. Da kommt so ein bisschen rein. Oh, ein Polizist. Siehst du? Jetzt hält er ein Band. Ja. Äh. Kannst einsteigen, Mongo. Wo willst du denn hin? Schreib mal, wo du hin willst. Was ist mit diesem Bären-Dings, Wumms? Bärensinn. Ist lecker, das Zeug. Äh. Bärensinn Apfel. Aber das ist nur mal so nebenbei erwähnt. Ähm. Bärensinn? Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, weil er ja nach Bären irgendwas will. Ach so. Ja, ja. Ich kenn das. Sehr lecker. Also Bärensinn Apfel. Hier diese saure Apfel. Boah. Das krasse ist, du merkst nicht, wie das knallt, das Zeug, ja? Dann hast du... Irgendwann merkst du es schon. Ja, ja. Irgendwann schon. Aber halt während dem Trinken, das kann man ewig trinken, trinken, trinken. Und dann merkst du, oh shit, das war zu viel. Vor allem, wenn da so eine stickige Luft in den Diskus ist und so. Mhm. Äh. Ja, ich muss mir mal einen Wegpunkt setzen. Dann fahren wir noch diese Bärensinn und Dinge nach. Jo. Jo, wir fahren jetzt dahin. Ich hoffe, ich komm dahin. Wieso nicht? Castroni oder so. Okay. Wie, jetzt dahin? Ach, da. Den können wir auch nochmal abholen. Jo. Der ist wieder da. Ähm, ja. Dann holen wir uns den nochmal kurz zurück. Oder? Ja, auf jeden Fall. So, dann holen wir gleich noch den Sphärenius ab, oder wie er heißt. Den haben wir ja eben verloren. Wir gucken mal, wo er ist. Bei mir stehen wir mitten von dieser Elektro... Ja, wo? Ich weiß wo, in Cerno. Da, wo wir waren. Ach so. Ich bin auf dem Weg. Ich hab' ne rote Kette. Ich nicht. Ich hab grad ne rote Kette. Also, wenn ich gleich raus bin, wisst ihr Bescheid. Ich tank nochmal kurz. Nein, Pädobär kennen wir nicht. So, Leute. Ich mach' nen kurzen Cut. Es geht direkt weiter. Also, kurz und knapp. Bis zur nächsten Folge. Sagen wir beide. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.